Ja, halli halli hallo und herzlich willkommen zurück. Oh, jetzt habe ich nicht neu geladen. Super, Katja, super, Anfang. Ich habe versprochen, hier ganz viel Gewalt und so zu machen, ne? Ach, habe ja hier gerade total versagt, mehrfach. Und tschüss. Und dass die mich alle treffen immer. So, jetzt werden nämlich alle alarmiert, da habe ich mich erschrecklich drüber aufgeregt schon in der letzten Folge. Ich muss mich beeilen. Das war zu langsam. Damn it. Scheiße. Die kommen nicht rein, die kommen nicht rein, oder? Einer ist gerade reingerannt, oder? Komm. Schnell. Habt ihr gesehen, dass ich ungefähr mit tausend Mausklicken probiert habe, da wegzukommen? Ach, super. Beste Mission ever. Andere Variante. Nein, du siehst mich nicht. Nein, nein, nein. Boah, knappe Scheiße, Alter. Ja, und nun? Das bringt ja alles voll viel, wenn ich hier... Weh, die werden jetzt wieder alle alarmiert hier. Dann flippe ich aber aus. Na los. Na los. Hallo. Komm und schau mal, mein Flayer. Ich speichere doch mal kurz. Ich glaube, das könnte so funktionieren. Kann nämlich jetzt halt sein, dass die hier... ...haha, dass die dort aufwachen, wollte ich sagen. Jetzt war ich gerade ganz ruhig, weil ich hier so angespannt geguckt habe, ob die mich gleich bemerken. Komm, schnell, 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 schnell. Ach so Einmal Luft anhalten hier bei mir Mach ich doch nicht auf Gewaltmodus Ey krass dass das so funktioniert hat jetzt Damit hab ich jetzt gar nicht so richtig gerechnet Ich muss natürlich die Marion noch hier reinholen Weil ich mal hier meine Leute auch heilen muss bald Meine Güte Tut mir leid ich dann manchmal hier so aufhöre zu reden Aber wenn mich das gerade hier so Wenn ich hier gerade so Aufmerksam gucken muss Ach schon wieder hier So okay wir schnappen uns gleich die Schriftrollen Schriftrolle Was auch immer So was ist diesmal in der Kirche Hat es mir gerade tatsächlich Nur diese vier blöden Typen da aufgedeckt Boah So und Marion zeig wie gut du schleichen kannst Baby 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 Komm 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 Ach scheiße Ah schnell 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 der andere kommt wieder Knappe Sache Und schon wieder bin ich fast tot Sorry little one Das er sich jemanden schuldigt bei allen Das find ich voll lieb von ihm Ja nicht auch So jetzt sammel ich mal alle dort Schnapp mir noch schnell die Schriftrolle Ja Marion du kannst mal wieder aufstehen Ist alles gut Ja Robin Nee nie Robin Robin ist nicht da Leute Robin kann den nicht freilassen Oh mein armer Rücken sagt er Ach ein Kleeblatt Ach wie toll Super Leute Super super Alles läuft gut Ähm Der Punkt ist Ach das hat es uns jetzt auch irgendwann aufgedeckt Nämlich hier Das ist gemein Hier ist ein Gefängnis Und hier ist ein Typ Und das sei mal verraten Weil ich nicht will Dass die Mission ewig geht Das ist nämlich ein Ritter Das ist nämlich eine Falle Wäre ja auch zu einfach Wenn der gleich da stehen würde Sondern wir müssen hier hoch Und da können wir entweder hier Räuber leitern Und den Will da Mit Hilfe von little John Da rüber schicken Oder wir gehen hier außen rum Und machen damit auch gleich Unseren Fluchtweg frei Was glaube ich Die bessere Variante wäre Ja ja Little John Ja ich weiß War ja alles so nisch Die Frage ist jetzt Den würde ich ja gerne loswerden Der geht mir auf den Sack Ich guck mal kurz ob das geht Kann ja wieder schön schnell speichern Weil dann könnte ich ganz gemütlich Immer lang laufen Ich warte noch kurz Bis der Schwertkämpfer hier weg ist Das war doch mal lächerlich So sieht der das jetzt hier Sieht der mich vor allem Ich weiß ich hab grad Ne ich mach jetzt mal nichts Und Oder doch Vielleicht probier ich ja doch mal Den Kampf hinten nachzumachen Boah das ist so lächerlich Ne äh Das ist natürlich Quatsch hier Gut Den lassen wir einfach dort sein Wir gucken mal ob der uns hier sieht Wenn wir hier einfach so vorbeilaufen Ne Gut Damit ist das Ganze nur Halb so schlimm Ach wie langsam die Marion läuft Das scheint genau außerhalb seiner Sichtreichweite Oder der Typ ist ein bisschen kurzsichtig Kann ja auch sein Gab's ja auch schon früher So Marion hört mal wieder wo die Leute da Ach sehr schön Easy peasy Knock knock Ich frag mich ob das irgendwann hier wieder verschwindet Der arme Kerl nicht Dass der die ganze Zeit so nervös ist Und damit können wir jetzt zum nächsten Bettler hier Frag mich ob diesmal wieder irgendwas in der Kirche ist Ich hab ein bisschen Angst hier einfach reinzulaufen Das ist für dich Danke Lass mich Das ist für dich Alles andere mein Herr Danke Lass mich Hier bist du mein Freund Bin wieder ruhig damit ich höre Und so weiter So Und der eine Tipp hier auf dem Dach Ey wollt ihr mich verarschen Ich bin doch grad so erfolgreich hier runter von dem Dach Ach Wir können mal wieder was stippitzen Das find ich doch gut Ob der einfach so mit uns reden will Gucken wir mal Ich hab mal gespeichert lieber Okay 5000 Geile Scheiße Tut mir leid Dass ich hier dauernd geil und scheiße sage Und dann auch in seltsamer Kombination Wo sind denn die anderen Schriftrollen Ach das ist die einzige hier noch Was war das gerade Ich frag mich halt Wo das Siegel versteckt ist Irgendwo hier oben Oder in der Kirche Bisschen seltsam ne Und seltsam auch Dass die manchmal einfach aufhören Das zu machen was ich von ihnen will Apropos will Okay nee Das Hab ich schon viel zu oft gesagt Ach ja Hier Ne Gehen wir einfach mal hier rein Hallo Ich bin der Partycrasher Ja hier gibt's aber auch nichts mehr zu sehen Die da sehen mich auch nicht Und Magnificent Mein Lieblingssatz Komm sag's nochmal Süßer Na los Na 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 Komm Kumpel Du fasselst mir mein Let's Play Wenn du's nicht nochmal sagst Magnificent Das ist voll lustig So ich stell dir jetzt alle mal hier ab Ach dieses ewige hin und her Ja immer hier bla 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 Ich weiß auch vor allem noch nicht ob der Weg Ach doch das müsste der Wer kann eigentlich aufschließen von meinen Leuten Braucht gar keinen Wir brechen ein Gefängnis ein Und wir brauchen niemanden der aufschließen kann Naja Wir warten jetzt kurz bis Der Typ da dann weg ist Und der Bogenschütze Und dann hauen wir dem hier volles Fund aufs Maul Der wird uns natürlich sehen Deshalb muss ich auch warten bis der da weg ist Und der wird's wahrscheinlich hören Und das wird total schief gehen Fällt mir grad jetzt schon auf Aber Mach's zu weiss Naja hat dann doch geklappt Tja hier liegen Beutel rum für Robin Ach Robin ich will dich gar nicht retten Ich will dich überhaupt nicht Ich will Ich hasse dich Robin Boah riskanter Typ hier ey Ich speichere mal kurz hier Ich will den gleich umnieten Bestimmt kein starker Typ Genau Okay Ja ne Auch gut Huch hat mich noch jemand entdeckt Warum war die Musik grad noch so hektisch Was denn los Hey was denn los mit euch Warum ist die Musik so stressig Hm Und im Prinzip können wir uns jetzt auch hier weiter durcharbeiten Fand mich ob da hinten noch ein Bettler irgendwo ist Ach scheiße hier ist also ein Schloss davor Scheiße jetzt haben die mich alle gesehen hier Habt ihr den schönen Backrad gesehen dass er sich da oben hinstellen wollte um den Na Scheiße 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 Muss mal kurz hier den Typen wechseln der kämpfen soll Ah ne jetzt stehe ich den eh wieder alle auf Ah kann ich da wieder neu laden Und mein klassischer Trick Ach ne komm Wann rennen die denn immer in die Häuser rein Komm du kannst auch kämpfen mein Freund Bruder Tuck Sag ich doch Nicht treffen lassen Ups das wollte ich jetzt gar nicht Naja ich wollte schon Ja okay ich lasse dann doch mal neu oder Sehr sehr klug angestellt gerade von mir Aber ich sehe gerade ich kann mal wieder einen Cut machen Und den mache ich auch Bis gleich 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 Bis gleich